Hi, Patrick Grabowski und herzlich willkommen zu diesem Demokurs für die handlungsspezifische Qualifikation für die Weiterbildung zum technischen Fachwirt. Ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist und in diesem Demokurs möchte ich dir einfach mal einen Überblick vermitteln, was dich in diesem Fach erwarten wird und das ist praktisch der Einstieg, ja, ich werde dir einen Einblick mitgeben, was dich hier erwarten wird und dann werden wir auch über ein paar Themen aus dem Marketing sprechen, ja, also gerade die Ziele, die Aufgaben im Marketing, was die Marktforschung genau ist mit ihren Aufgaben, Funktionen und wie das Ganze ablaufen kann und im Bereich der handlungsspezifischen Qualifikation, das ist praktisch die letzte schriftliche Prüfung, ja, und die besteht aus vier Teilbereichen, also es ist eine schriftliche Prüfung und die setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen. Der erste Teilbereich ist Absatz, Materialwirtschaft und Logistik, der zweite Teilbereich ist Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle, der dritte Teilbereich ist Qualitäts- und Umweltmanagement, sowie auch Aspekte aus dem Arbeitsschutz, ja, und der vierte Teilbereich geht dann um Führen und Zusammenarbeit, ja, und praktisch in dem ersten Teilbereich Absatz, Materialwirtschaft und Logistik, da geht es halt auch um Marketing, ja, wie kann man Ware verkaufen, wie kann man das fördern, die Materialwirtschaft, also wie kann man den anhand von Stücklisten zum Beispiel den Bedarf berechnen für die Produktion, vor allem wenn man auch Teile auf dem Lager hat und nicht wie das ineinander fließt mit Baugruppen und ohne Baugruppen, dann bei der Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle, da ist es immer ein Schwerpunkt zum Beispiel das optimale Produktionsprogramm aufzustellen, was das ist, werden wir uns auch im Laufe von dem Kurs anschauen, ja, da geht es praktisch darum, dass man einfach die Wirtschaft, die Produktion so aufbaut, dass man halt erst die geeignetsten Sachen fertig, wo wir praktisch am größten verdienen, was halt auch fürs Unternehmen am besten ist, wenn man zum Beispiel mal einen Lieferengpass hat oder einen Produktionsengpass hat, ja, gibt es aber auch verschiedene Prioritätsregeln, wie man zum Beispiel Maschinenplan planen kann, nach gewissen Prioritätsregeln, das schauen wir uns da genauer an. Qualitäts- und Umweltmanagement, sowie Arbeitsschutz, das sind auch ganz viele verschiedene Bereiche und beim Thema Führen und Zusammenarbeit, da geht es halt auch darum, wie man Projekte oder Teams oder Gruppen führt, was bei der Kommunikation wichtig ist und das erwartet euch praktisch in dem Fach oder in dem Qualifikationsbereich Handlungsspezifische Qualifikation, ja, und legen wir dann gleich mal los mit Ziele von dem Marketing, ja, das sind absatzpolitische Grundlagen und eigentlich ist es so, das Marketing hat eigentlich das Ziel, dass man versucht, den Umsatz und den Absatz zu steigern, also wir wollen durch Marketing, durch guten Einsatz von Marketing, wollen wir einfach mehr verkaufen und diese Ziele lassen sich einmal in quantitative und qualitative Ziele unterscheiden, ja, man sagt auch ökonomische und außerökonomische, also quantitativ sind Ziele, die einfach direkt messbar sind, also wenn ich jetzt Marketingmaßnahmen durchführe, kann ich zum Beispiel die Auswirkungen von meinem Marketing direkt messen, wenn ich mir den Umsatz anschaue oder meinen Marktanteil, ja, also sagen wir mal, ich gebe Geld in Werbung aus und dann kann ich schauen, habe ich jetzt mehr eingenommen oder nicht, dann ist das ja direkt messbar, weil zum Beispiel, wenn ich mein Werbebudget erhöhe, dann ist das ein Teil vom Marketing. Jetzt gibt es aber auch Sachen im Marketing, die sind nicht direkt messbar, ja, zum Beispiel die Bekanntheit steigern, das Image verbessern oder die Kundenbindung stärken, ja, also umso größer und bekannter ich bin oder desto größer und besser mein Image ist, desto mehr Umsatz werde ich eigentlich auch in der Zukunft machen, aber das ist einfach nur indirekt messbar, weil ich kann jetzt praktisch nicht irgendwie Werbung ausgeben, Geld für Werbung ausgeben und kann dann sagen, meine Bekanntheit hat sich jetzt direkt verbessert, weil das ist halt ein qualitatives Ziel. Wie willst du Bekanntheit messen? Ja, du kannst 100 Leute befragen, aber 100 Leute für dein Einzugsgebiet oder Verkaufsgebiet von Deutschland oder Europa, das ist keine Aussagekraft, ja. Das sind halt Sachen, die kann man nur indirekt messen, ja, über irgendwelche Befragungen oder so, aber das ist dann sehr nicht so aussagekräftig, ja. Man kann auch das Image hinterfragen, ja, indem man sagt, hey, wie findet ihr uns als Arbeitgeber oder wie nehmt ihr uns wahr? Ja, aber das ist ja auch wieder sehr subjektiv, wenn da müsstest du alle deine Kunden wirklich befragen und auch andere, die ich noch nicht kennen, dementsprechend sind das halt Ziele, wo man hat im Marketing, man will die Bekanntheit vergrößern, man möchte das Image verbessern, aber das sind halt Sachen, die sind einfach nur indirekt messbar, ja. Ja, aber die Ziele wie Umsatz erhöhen, Marktanteil steigern, das sind Ziele, die sind direkt messbar. Und jetzt gibt es halt noch so, dass man sagt, die Ziele im Marketing, die können einmal strategisch sein, also langfristig, ja, zum Beispiel, wir wollen Marktführer werden, wir wollen richtig die besten Produkte haben, die besten Produkte haben auf dem Markt und wir wollen hier Führer sein in der Technologie, ja, dann sind das Ziele, das erreicht ja nicht von heute auf morgen, ja, dementsprechend sind das langfristige Ziele, qualitative und dann gibt es auch operative Ziele, das sind kurzfristige Ziele in der Regel, zum Beispiel, wir wollen unseren Umsatz steigern, ja, oder wir wollen zum Beispiel unseren Marktanteil um 2% erhöhen, ja. Wichtig ist auch hier bei dieser Zielformulierung dann, das sprengt jetzt hier im ersten Einblick den Rahmen, aber ich will es trotzdem mal ganz mitgeben, dass ihr das schon mal gehört habt, ja, es gibt so eine kleine Eselsbrücke, wie man Ziele formulieren soll und da richtet man sich nach dem SMARTY-Prinzip, weil SMARTY ist einfach nur, oder SMART ist eine Abkürzung für S steht für spezifisch, M steht für messbar, A steht für angemessen, R steht für relevant und T steht für terminiert, ja, das heißt, wenn man sich Ziele setzt, dann sollte man das halt auch beachten, zum Beispiel sollte man spezifisch sagen, was man möchte, die Ziele sollten auch messbar sein, dass man überprüfen kann, hey, wann habe ich denn das erreicht, zum Beispiel, ich möchte von meinem spezifischen Produkt 1 meinen Umsatz um 2% erhöhen in den nächsten 3 Monaten, dann habe ich spezifisch drin, welchen Umsatz, messbar wie viel Umsatz, ja, das Ganze ist auch relevant und wichtig für das Unternehmen, es ist auch erreichbar und terminiert haben wir es in 2 Monaten. Dementsprechend wäre das dann eine gute Zielformulierung. Und im Marketing ist es so, wir haben hier praktisch Marketingziele ganz oben, die geben uns vor, was wollen wir eigentlich erreichen, ja, man hat immer ein Ziel, worauf man hinarbeitet und um dieses Ziel zu erreichen, was ganz oben steht, haben wir dann die Möglichkeit, verschiedene Strategien einzusetzen, ja, wie wir uns positionieren am Markt, ja, und unter diesen Strategien, also unter dieser Ausrichtung, gibt es dann auch den Marketing-Mix, der dann sagt praktisch, wie wir dieses Ziel konkret erreichen, ja, also als Beispiel, Marketing-Ziel, wir wollen die Marktführerschaft, ja, oder wir wollen die besten Produkte haben, wir wollen ein riesengutes Image, eine Bekanntheitsgrad, dann könnte man sagen, hier mit der Marketing-Strategie, wir sind jetzt vielleicht im Hochpreissegment tätig, ja, weil die Strategie, die richtet sich dann auf alle unteren Ebenen aus, ja, also ich sage mal, Porsche ist jetzt im Hochpreissegment, dementsprechend haben die eine ganz andere Qualität, wie sie ihre Produkte aufbauen, als jetzt ein Autohersteller, wo jetzt nicht so hochpreisig unterwegs ist, ja, und dementsprechend richtet sich der Marketing-Mix, das schauen wir uns auch gleich noch genauer an, mit all den Maßnahmen immer nach der Strategie aus, ja, weil der Marketing-Mix, der besteht praktisch hier aus verschiedenen Marketing-Instrumenten, kommen wir gleich dazu, ja, wichtig ist aber auch, dass man versteht, was die Aufgabe im Marketing ist. Die Aufgabe im Marketing ist praktisch einfach nur, sich zu überlegen, hey, was sind die aktuellen Bedürfnisse von unseren Kunden, was wollen unsere Kunden eigentlich und was wollen unsere Kunden in der Zukunft haben, damit wir herausfinden, was wollen die, damit wir ihnen das auch geben können und verkaufen können, ja. Als Beispiel, es gab früher einen ganz großen Handy-Hersteller, Nokia, der ist innerhalb von wenigen Jahren vom Markt verschwunden, weil er den Trend verpasst hat, Touch-Bildschirme herzustellen, ja. Hat das Marketing wahrscheinlich verpennt oder es war eine strategische Entscheidung, weiß ich jetzt nicht, war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung und das Unternehmen ist jetzt vom Markt verschwunden, ja. Und wie findet man das raus, was die zukünftigen Bedürfnisse sind? Da gibt es den Begriff Marktforschung. Und in der Marktforschung, da erforscht man den Markt, um rauszufinden, hey, was geht gerade am Markt ab? Gibt es irgendwelche Trends? Wie entwickelt sich der Markt? Zum Beispiel könnte man jetzt in der Marktforschung feststellen, ist wahrscheinlich jedem klar, Verbrennermotoren wird es irgendwann nicht mehr geben. Es gibt wahrscheinlich den Wandel gerade zu Elektromotoren und zu Wasserstoffmotoren. Hätte das ein Unternehmen schon vor 10, 15 Jahren festgestellt, dass so eine Situation auftreten könnte, hätten sie sich viel, viel, viel besser positionieren können und viel, viel früher damit anfangen können zu forschen, ja. Und bei der Marktforschung, da will man halt genau das rausfinden, hey, wohin entwickelt sich der Markt, damit man praktisch die Produkte dann auch dementsprechend anbieten kann, weil man möchte immer ein Bedürfnis von einem Kunden befriedigen, sage ich mal, durch ein Produkt, ja. Und die Marktforschung, die lässt sich in zwei Teile unterscheiden. Da gibt es einmal die primäre Marktforschung und die sekundäre, ja. Primär, ich glaube, jeder kennt den Film Transformers, da gibt es Optimus Prime. Optimus Prime war der erste, ja. Und primär bedeutet einfach nur, die Daten werden zum ersten Mal erhoben, so wie Optimus Prime, der war ja auch der erste, das heißt, bei der primären Marktforschung, da befrage ich oder irgendjemand anderes wirklich zum ersten Mal irgendwelche Leute, irgendwelche Firmen, um irgendwelche Daten wirklich zum ersten Mal zu erheben. Bei der sekundären Marktforschung, da ist es so, man kann auf bestehende Daten, die vielleicht im Rahmen von einer anderen Marktforschung mal erhoben worden sind, zurückgreifen, ja. Also, ich sage mal, ich bin jetzt ein Beauty-Hersteller und ich möchte irgendwie eine Gesichtscreme auf den Markt bringen und jetzt frage ich mich, was ist den Kunden denn eigentlich wichtig oder den Interessenten, dann könnte ich mir jetzt auch über ein Marktforschungsinstitut, wo schon mal ganz viele Daten deutschlandweit erhoben hat, mir Daten kaufen, um einfach rauszufinden, was wichtig ist den Leuten. Jetzt merkt man schon, es gibt hier Sachen, wenn die Daten schon mal irgendwann erhoben worden sind, die sind vielleicht für einen anderen oder für einen ähnlichen Zweck erhoben worden und dementsprechend macht es vielleicht jetzt gar nicht so Sinn, diese Daten zu kaufen. Also eine primäre Marktforschung ist halt immer zeitintensiver, aber auch spezieller und genauer für meinen Zweck bestimmt und weil es halt auch zeitintensiver ist, ist es halt auch teurer im Vergleich zu einer sekundären. Dafür ist die sekundäre vielleicht ein bisschen ungenauer, weil damals Daten im Rahmen von einem anderen Projekt erhoben worden sind, was nur so ähnlich ist. Und jetzt kommen wir noch hier zu der rechten Seite, nämlich zum Marketing-Mix und der Marketing-Mix ist auch ein Instrument von Marketing. Also ein Instrument ist praktisch einfach nur etwas, um etwas zu erreichen. Ja, ich will ja immer hier mein Ziel erreichen, wenn man es uns nochmal anschaut. Das Marketing-Ziel wollen wir erreichen, dafür nehmen wir eine Strategie und um diese Strategie zu erreichen, haben wir halt zum Beispiel einen Marketing-Mix. Das ist praktisch hier, das müssen wir einsetzen, damit wir dann durch die Strategie unser Ziel auch erreichen und verfolgen können. Ja, und der Marketing-Mix, der unterscheidet sich praktisch in vier kleinen Teilbereiche. Da gibt es, man nennt es auch die vier P's, ja, weil es ist einmal die Produktpolitik, die Preispolitik, also das kommt, diese vier P's kommen aus dem Englischen, das heißt Product, Price, dann Place und Promotion. Im Deutschen heißt das Produkt-Preispolitik. Place wird auch als Distributions- oder Verteilungspolitik genannt, also wie kommt die Ware zum Kunden, deshalb Place, ja, und dann die Kommunikationspolitik, was aus dem Englischen kommt und heißt Promotion. Ja, also wie können wir kommunizieren, dass die Kunden da Interesse haben und unsere Produkte gut finden und kaufen wollen, ja. Und jedes von diesen P, sag ich mal, besteht wieder aus verschiedenen Teilbereichen. Also die Produktpolitik, da geht es wirklich ums Produkt, ja. Was für Produktinnovationen gibt es? Welche Variationen gibt es von unseren Produkten? Was macht Sinn, ja? Wollen wir ein iPhone, eine Pro-Variante haben, eine normale Variante und eine kleine Variante, ja. Wann wollen wir das Produkt vom Markt nehmen? Ja, das iPhone 3 zum Beispiel, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr zu kaufen. Also wann eliminiert man auch Produkte? Aber zur Produktpolitik gehört eigentlich auch die Produktverpackung, ja. Also die Produktverpackung zum Beispiel, wie verpacke ich das? Ist es hochwertig? Wie ist die Nutzererfahrung, wenn man das wirklich zum ersten Mal sieht? Das spielt ja auch eine Rolle. Oder halt auch die Markenpolitik. Ja, habe ich praktisch eine Dachmarke oder eine Einzelmarke? Diese Sachen sind auch bei der Produktpolitik wichtig, ja. Bei der Preispolitik, da geht es wirklich speziell darum, was für Konditionen biete ich an? Man nennt es auch Kontrahierungspolitik, das umfasst praktisch den Preis, die Zahlungsbedingungen, Rabatte, ja, und die Lieferbedingungen. Dann gibt es bei der Distributionspolitik halt auch, da geht es ja praktisch darum, wie der Kunde unser Produkt bekommt und es kann zum Beispiel direkt oder indirekt passieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Apple bin, dann kannst du mein iPhone, was ich dir anbiete, direkt in meinem eigenen Laden kaufen, im App Store. Dann ist es eine direkte Verteilung, weil ich als Apple direkt mit dem Kunden, mit dem Endverbraucher Kontakt habe. Indirekt wäre es, wenn ich als Apple mein iPhone dem Media Markt zur Verfügung stelle und du das iPhone dann im Media Markt kaufen kannst, weil dann geht es über einen Zwischenhändler, weil ich keinen indirekten oder keinen indirekten Kontakt habe mit dem Kunden, also mit dem Endverbraucher ist es indirekt. Das sind so Sachen von der Distributionspolitik, da gibt es auch verschiedene Kanäle und Absatzorgane, die werden wir uns alle später noch anschauen. Also wir werden uns allgemein hier den ganzen Marketing Mix später noch mal ganz genauer anschauen. Das geht jetzt hier wirklich nur um den Überblick. Und zur Kommunikationspolitik, da gehört halt auch wirklich dann alles, wo es um die Kommunikation geht, also wie tue ich das fördern praktisch, was für Werbung schalte ich, mache ich das auf dem Bus, mache ich das online, was für Kanäle verwende ich, Facebook, Google, Instagram, verteile ich Zeitschriften, mache ich Flyer, tue ich irgendwo Sponsoring betreiben, wie man es beim Fußball immer an diesen Banden kennt, um Stadion drumherum oder im Stadion, mache ich Öffentlichkeitsarbeit, das nennt man Public Relation und das sind alles so, also sage ich mal Maßnahmen von den einzelnen Marketing Mix. Und wir haben uns ja schon die Marktforschung angeguckt. Bei der Marktforschung, da gibt es praktisch die primäre und die sekundäre. Die primäre Marktforschung, da werden die Daten zum ersten Mal erhoben. Genau der Vorteil dadurch ist halt, weil wir die Daten zum ersten Mal erheben, wissen wir einfach ganz genau, was wir benötigen und können ganz zielgerecht darauf auch die Daten erheben. Nachteil ist halt, es muss erst mal gemacht werden, weil es erst mal gemacht werden muss, ist es halt teuer und zeitaufwendig. Die sekundäre Marktforschung, da werden ja praktisch auf vorhandene Daten zurückgegriffen, die schon mal irgendwann für ein ähnliches Projekt erhoben worden sind. Vorteil ist dadurch, man kriegt relativ schnell die Daten, es ist günstiger und die Daten stehen dann halt auch schnell zur Verfügung. Nachteil dabei ist, die Daten sind halt nicht so gut geeignet oder vielleicht ein bisschen ungenauer im Vergleich zur primären Marktforschung. Und diese Marktforschung kann man intern oder extern durchführen. Also intern heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein eigenes Unternehmen habe mit einer Marketingabteilung, dann beschäftige ich die zum Beispiel ein, zwei oder drei Wochen mit dem Thema Marktforschung und die Marketingabteilung versucht dann selber die Daten zu erheben. Die externe Marktforschung, da beauftragt man ein Marktforschungsinstitut, die dann die Daten für mich erheben wollen. Und was ganz wichtig ist zu wissen, die Marktuntersuchung und die Marktforschung, die ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Dementsprechend können die eigenen Mitarbeiter vielleicht gar nicht die zeitlichen Kapazitäten haben. Um so eine Marktforschung auch durchzuführen, sollte man wirklich, es hat einen extrem großen Einfluss, diese Daten, weil diese Daten, die man da erhebt, die wirken sich natürlich auch auf die spätere Produktentwicklung und alles aus. Dementsprechend sollte man hier nicht sparen und man sollte das wirklich an Experten geben. Ja, also das Marktforschungsinstitut, das hat sich ja darauf spezialisiert und die machen das ausschließlich nur das. Dementsprechend sind da wirklich Experten. Die Mitarbeiter aus dem Marketing, die machen ja ganz viele andere Sachen auch. Ja, die kümmern sich um ganz viele andere Sachen. Das ist nicht das Tagesgeschäft. Dementsprechend haben die natürlich auch gar nicht so viele Erfahrungen, mit Marktforschungen durchzuführen. Die haben es vielleicht erst noch nie gemacht oder nur mal so durchgesprochen, wie das abläuft und dementsprechend macht es halt schon Sinn, das meistens extern zu vergeben. Ja, weil was wird da praktisch erhoben? Also man guckt sich genau den Markt an. Ja, wie verhält sich der Markt? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen? Was ist meine Zielgruppe? Was will meine Zielgruppe? Wie verhält sich der Wettbewerb, die Konkurrenz? Ja, was möchte der Kunden haben? Und da geht man halt auch verschiedene Szenarien durch und man guckt halt, wohin man sich dann später auch mit dem Marketing-Mix positionieren will. Also die Aufgaben und die Funktionen von der Marktforschung. Die Marktforschung hat zum Beispiel die Aufgabe, Innovation zu fördern. Ja, und praktisch so neue Chancen am Markt wahrzunehmen und zu entdecken. Als Beispiel hat man hier das mit dem Nokia-Handys. Ja, hätten die praktisch die Chance entdeckt, hier Touchscreen-Bildschirme herzustellen, dann hätten sie sich auf dem Markt etablieren können und ihre Bekanntheit weiter ausbauen können. Ja, und hätte halt praktisch so hier den Marktanteil auch halten können. Ja, hätten sie das ordentlich durchgeführt, hätten sie praktisch auch eine Frühwarnfunktion gehabt, um einfach zu bemerken, hey, da gibt es irgendwie ein Risiko am Markt, es gibt gerade einen Wandel und entweder wir machen da mit oder nicht. Ja, also die hätten da wahrscheinlich, vielleicht hatten sie das auch und haben einfach nur gesagt, nee, das ist nur was Kurzteiliges, das wollen die Leute gar nicht. Ja, also man kriegt halt hier auch eine Frühwarnfunktion, einfach, dass man sich die Risiken bewusst macht. Dementsprechend hat man halt auch eine Prognosefunktion, weil anhand von diesen erhobenen Daten kann man halt sehen, hey, gibt es da einen Trend? Wächst das Ganze gerade mit den Touchscreen-Bildschirmen? Ja oder nein? Und da kann man dann halt auch wirklich was erkennen. Ja, und man kann halt auch herausfinden, welche Zielgruppe möchte denn sowas überhaupt? Ja, also vielleicht eine ältere Dame, die jetzt in Rente ist, die hätte sich von heute auf morgen nicht so ein Touchscreen-Handy gekauft, sondern eher jüngere Leute, weil die das einfach cool finden und leichter zu bedienen und man hat ein größeres Bildschirm, das ist benutzerfreundlicher, aber vielleicht hätte man über die Marktforschung herausgefunden, dass es halt primär für junge Leute interessant ist und jetzt nicht vielleicht für ältere, weil ältere lesen vielleicht ihre Zeitung noch gar nicht auf dem Handy, die wollen gar kein großes Bildschirm, sondern die lesen die Zeitung halt noch wirklich in Printmedien. Ja, so findet man halt auch bei der Marktforschung ganz viel über die Zielgruppe raus, für wen denn eigentlich was interessant ist. Und bei der Marktforschung, die besteht praktisch aus verschiedenen Phasen, also die läuft immer ähnlich ab, ja, das heißt, man muss sich erstmal fragen, hey, welche Information wollen wir dann eigentlich erheben und vor allem von wem? Von Männern, von Frauen, von Menschen aus Europa, von Menschen aus Deutschland, in welchem Alter? Ja, dann zum Beispiel, wie wollen wir die Information erheben? Wollen wir face-to-face mit denen sprechen? Wollen wir eine Umfrage machen? Wollen wir eine E-Mail rausschicken? Wollen wir ein persönliches Interview mit denen führen? Ja, dann werden praktisch die Daten auch erhoben und dann in, also auch praktisch bei der Organisation und Durchführung könnte man auch sagen, welche Fragen wollen wir denn eigentlich stellen? Also welches Medium und was genau? Wie wollen wir die Daten erheben? Dann erheben wir die Daten und dann werden die erhobenen Daten praktisch aufbereitet, ausgewertet und, sage ich mal, verdichtet, ja, dass man die dann halt auch wirklich analysieren kann, weil wenn du 100.000 Leute fragst, dann kannst du später ja nicht eine Präsentation machen, wo du sagst, Person 1 hat das gesagt, Person 2 hat das gesagt, Person 3 hat das gesagt, sondern du hast praktisch zum Schluss, möchtest du von deinen 100.000 Befragungen vielleicht eine Grafik von 5 oder 6 Grafiken haben, wo du sagst, hey, das ist der Trend, da geht es hin, das ist jetzt die Kernaussage nach unseren 100 Befragungen, ja, und das ist dann praktisch auch hier, was für die spätere Verwendung wichtig ist, weil man möchte dann natürlich auch diese Daten so interpretieren können, dass man eine Aussagekraft hat und die dann praktisch verwenden kann, ja, zum Beispiel hatten wir jetzt bei 100.000 Leuten im jungen Alter herausgefunden, dass die Touchscreen-Bildschirme bei den Handys vor 10 Jahren sehr interessant waren und dementsprechend gibt es da einen Trend und wir sollten jetzt hier unsere Handys in Zukunft mit großen Touchscreen-Bildschirmen anbieten, ja. Und dann weiß das Unternehmen, okay, wir sollen jetzt unsere Produkte ein bisschen anpassen, damit wir hier das dem Markt auch geben können, was sie wollen. Und jetzt gibt es noch verschiedene Methoden, wie wir praktisch Daten erfassen können, ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche, es gibt zum Beispiel die Befragungsarten, ja, also eine Befragung kann schriftlich stattfinden durch irgendwelche Fragebögen, die Befragung kann aber auch online stattfinden, ja, online und offline, die Befragung kann über das Telefon stattfinden, über ein persönliches Interview, ja, oder über ein Panel, also ein Panel ist, man befragt immer wieder die gleichen Personen, zum Beispiel 5 oder 10 Personen, einfach eine Gruppe und man fragt praktisch in verschiedenen Zeitabständen die Entwicklung von diesen Personen, ja. Es gibt aber noch weitere Methoden, wie man Daten erheben kann, da gibt es zum Beispiel die Beobachtungen, ja, das ist praktisch die Dauerbeobachtung, also ich beobachte eine Person dauerhaft, oder die Multimomentaufnahme, weil bei der Multimomentaufnahme, da beobachte ich nicht dauerhaft, sondern an Multi, also an vielen Momenten, das heißt, bevor ich jemanden dauerhaft beobachte, gucke ich einfach nur jede 10 Minuten, 10 Sekunden hin und bilde mir dann praktisch einen Durchschnittswert, weil ich einfach an Multi, also vielen Momenten beobachte. Dann gibt es auch die Feldbeobachtung, das ist praktisch die Beobachtung von Kunden im Laden, in der Realität, oder halt die Laborbeobachtung, da macht man halt eine künstliche Situation und findet einfach heraus, wie die Leute reagieren, ja, alles hat natürlich Vor- und Nachteile. Also, es gibt noch weitere, sage ich mal, Methoden, die man Daten erfassen kann und was man erfassen kann, ja, da gibt es zum Beispiel ein Experiment, ein Panel, ja, ein Panel habe ich ja gerade schon erklärt, da wird praktisch der gleiche Kunde oder einer Kundengruppe im Personenkreis über einen verschiedenen, über einen längeren Zeitraum immer wieder gefragt, befragt, ja, um einfach Veränderungen und Entwicklungen festzustellen und dann gibt es auch verschiedene Tests, zum Beispiel kann man halt ein Produkttest anbieten, beim Produkttest, da wird einfach nur das Produkt praktisch getestet, ja, um Feedback zu bekommen, dann gibt es einen Markttest, also, bevor man jetzt, sage ich mal, ein Produkt europaweit oder weltweit ausdehnt und zur Verfügung stellt, kann man sagen, hey, wir probieren das jetzt vielleicht erst mal in einem Bundesland oder in einer Stadt, wenn das Produkt gut ankommt, dann fahren wir praktisch das nach und nach hoch, dass wir dann Baden-Württemberg bedienen, dann Deutschland, dann Europa und dann die Welt praktisch, ja, dass man jetzt nicht sagt, hey, wir hauen jetzt gleich mal 10 Millionen raus und produzieren ganz viele Produkte und die will nachher keiner, sondern wir fahren uns einfach langsam hoch und testen uns daran, ja. Da haben wir auch den Store-Test, ja, das ist praktisch, dass wir in einfachen ausgewählten Geschäften unter realen Bedingungen etwas testen, ja, und Copy-Test ist einfach nur der Einsatz von Printmedien, um halt Produkte zu bewerben. Und jetzt gibt es praktisch verschiedene Befragungsmethoden, ja, die haben wir ja vorhin schon durchgesprochen, schriftlich, online, Telefonat und persönlicher Interviewer und da gibt es halt immer Vor- und Nachteile und das sind jetzt hier nur aufgeführte Beispiele und wir müssen uns da erstmal diese Kriterien angucken, wie man das am besten abgrenzen kann. Also man kann fragen, wie viel kostet uns die Umfrage, wie ist die Reichweite, wie ist der Zeitaufwand, wie ist die Beeinflussung des Interviewers, kann man nachfragen und wie ist die Rücklaufquote. Also anhand von drei, vier, fünf Kriterien kann man alles ganz einfach vergleichen und das ist einfach, wie viel kostet uns die Umfrage, Da ist es zum Beispiel so, dass es online günstiger ist, als wenn wir ein persönliches Interview machen, weil bei einem persönlichen Interview können wir natürlich immer nur eine Person fragen. Wenn wir aber die Person einen online befragen, schicken wir eine E-Mail raus und wir erreichen 100.000 Leute. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass wir über eine Online-Befragung eine ganz große Reichweite haben und ganz wenig Zeitaufwand, weil wenn ich in Stuttgart bin, kann ich eine E-Mail schicken und ich erreiche den in Berlin. Kann ich auch eventuell über ein Telefonat machen, aber es dauert wieder ein bisschen länger. Das sind so die Vorteile natürlich bei einer Online-Möglichkeit, beim Telefonat auch noch, weil man da praktisch eine relativ hohe Reichweite hat. Beim schriftlichen hat man das auch noch. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich auch manchmal nicht genau nachfragen kann. Also Nachteil bei einer Online-Befragung ist halt, dass erstens mal die Rücklaufquote ganz gering ist, weil keiner macht da mit oder keiner hat da Bock drauf. Und man kann auch nicht genau nachfragen, wenn man irgendwas mal nicht versteht. Also wenn man wirklich Face-to-Face mit jemandem spricht, am Telefon oder in einem Interview, dann hat man halt auch die Möglichkeit, wenn man etwas nicht versteht, dass man da genauer nachfragen kann. Ein weiterer Nachteil ist aber auch noch beim persönlichen Interview, ich kann durch meine Fragen dich beeinflussen. Ja, also beim persönlichen Interview kann der Interviewer natürlich auch den Befragten ein bisschen beeinflussen und dadurch können andere Ergebnisse herauskommen. Ja, dafür ist ein weiterer Vorteil bei dem persönlichen Interview ist die Rücklaufquote höher und die Person fühlt sich natürlich auch stärker wertgeschätzt. Also das sind so Vor- und Nachteile, wenn man darüber ein, zwei Mal gesprochen hat, wenn man sich das mal anguckt, dann ist es wirklich auch verständlich für jeden. Und das war es jetzt auch schon hier zu meinem Demokurs für die handlungsspezifische Qualifikation für die Weiterbildung zum technischen Fachwirt und ich freue mich ganz stark, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, du konntest dir auch wirklich einen Überblick und einen ersten Eindruck von dieser handlungsspezifischen Qualifikationsbereich mitnehmen und wenn du wirklich ernsthaft darüber nachdenkst, mit einer Weiterbildung zum technischen Fachwirt zu starten, dann würde ich dir einfach mal empfehlen, geh doch mal auf www.patrickkrabowski.de und trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Was wird dann konkret passieren? Ich werde dich erstmal anrufen und mit dir darüber sprechen, was du in dem Formular ausgefüllt hast, einfach um dich kennenzulernen und herauszufinden, wie wir dich in deiner Situation erfolgreich weiterbilden können. Und ich freue mich bald persönlich mit dir sprechen zu können und ich bedanke mich für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, dein Patrick. Ciao.